Wann ich einmal traurig bin, weil nix weiter geht, geh ich in das Ecklokal, wo ein Eutz-Piano steht und davor sitzt einer und denkt mit den Fingern noch. Und ich setz mich zu ihm und ich höre ihm zu und dann wäre ich ganz langsam wach und ich sag, komm, alter Pianospieler, spiel noch einmal, spiel noch einmal, spiel ein Lied, das richtig zwingt und dann fühl ich mich gleich wohl, mach mal miteinander Musik, die uns freut für die Leute. Komm, alter Pianospieler, spiel noch einmal, komm, mach mir die Freude. Du bist noch immer Nummer eins, wie in deiner besten Zeit, mach mir miteinander Musik, wie noch nie du und ich. Ein alter Pianospieler, das hab ich gebraucht, jetzt geht's mir gut. Und die Welt schaut anders aus, meine Traurigkeit ist fort, auch wenn gleich die Sperrstunde ist, pfeff mal drauf und hör nicht auf. Komm, alter Pianospieler, spiel noch einmal, spiel noch einmal, spiel ein Lied, das richtig zwingt und dann fühl ich mich gleich wohl, mach mal miteinander Musik, die uns freut für die Leute. Lied, das richtig zwingt und dann fühl ich mich gleich wohl, La, 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 la Vielen Dank.